Musik Meine Lieben, ein herzliches Willkommen zum Sandra-Fenster-Adventskalender dieses Jahr. In diesem Video erhältst du alle Infos und du kannst auch gleich beim ersten Gewinnspiel mitmachen. Und zwar, wir haben uns für dieses Jahr etwas Besonderes überlegt. Es wird jeden Adventssonntag um 19.30 Uhr ein richtig, richtig cooles, kostenloses Webinar für dich geben, bei dem du dich in der Früh am Sonntag eben im Newsletter anmelden kannst. Das erste Thema ist fünf Mythen rund um das Thema Pferdefütterung, die wir gemeinsam ausräumen. Also Pferdefütterung ist ein super, super wichtiges Thema und da lernst du auf jeden Fall fünf Punkte, die sehr oft falsch gemacht oder falsch verstanden oder falsch gewusst sind. Und ich bin mir sicher, du wirst das eine oder andere Aha-Erlebnis sicherlich auch haben. Also der erste Punkt, das Webinar am Sonntag unbedingt zum Newsletter anmelden. Der zweite Punkt, du kannst in diesem Video bzw. unter diesem Beitrag auch Facebook, YouTube und Instagram mitmachen und mit etwas Glück eine wundervolle Winterstärke und einen Stoffwechsel-Booster von der Horse Fatality Company gewinnen. Dem Ergänzungsfutter, was ich persönlich empfehle und was ja auch meine Pferde ausschließlich bekommen. Also mach gleich hier mit für einen richtig, richtig coolen Gewinn, damit du durch die Winterzeit, das hat so viel Schlepp bei uns, damit du gut durch die Winterzeit kommst mit deinem Pferd und eben auch den Stoffwechsel von deinem Pferd optimierst. Verlinke zwei Personen, die sich auch darüber freuen würden und wenn du magst, teile auch super gerne den Beitrag in deiner Story auf Instagram. Genau, die Horse Fatality Company Produkte sind so hochwertig und haben schon so, so vielen Pferden helfen können mit ihrer Gesundheit, aber mit ganz vielen Themen auch wie Stoffwechsel im Winter mit Arthrose oder eben auch älteren Pferden, die eben auch vielleicht ein bisschen, ja, einfach ein bisschen vom Bewegungsabberat schon älter sind. Also mach gleich mit, Punkt Nummer zwei, like gerne auch diesen Beitrag, würde ich mich drüber freuen. Und im Webinar wird es auch noch eine Sonderüberraschung geben, also sei unbedingt auch im Webinar dabei, beziehungsweise die Webinaraufzeichnung wird auch per Newsletter dann verschickt. Und als dritten Punkt gibt es jede Woche immer einen Rabatt oder eine spezielle Aktion im Onlineshop. Und diese Aktion ist jetzt ab heute, dass du folgende Videoseminare um 20% günstiger kaufen kannst. Der Rabattcode heißt Webinar20, also den solltest du bitte verwenden und eingeben, ganz am Ende beim Bezahlprozess. Und zwar zum Thema Fütterung passend. Ein ganz tolles Seminar ist natürlich so, fütterst du dein Pferd gesund, das kennen aber schon viele. Ein weiteres Thema, was sehr, sehr ganzheitlich für das ganze Jahr, gerade auch für die kalte Jahreszeit, wenn das Pferd vielleicht irgendwie Probleme mit Verspannungen oder vielleicht auch mit der Lunge hat. Es sind ganz viele unterstützende Tipps drin. Das ist das Thema mit Pferden gesund durchs Jahr. Ein ganz, ganz tolles Online-Seminar. Und das ist auch für dich rabattiert. Und die TCM Pferdetypenlehre, die sowieso ein Standardwerk für jeden Pferdebesitzer ist und ganz wichtig ist im Training, aber auch im allgemeinen Verständnis für dein Pferd. Also, wir fassen nochmal zusammen. Mach jetzt gleich mit hier unter diesem Video, um ganz tolle Zusatzfütter von der Horst Fidelity Company zu gewinnen. Zweitens melde dich zum Newsletter an, damit du morgen Sonntag schon dabei sein kannst im Live-Webinar zum Thema Fütterung. Und wenn du möchtest, kannst du dir jetzt rabattiert ein Online-Seminar deiner Wahl oder auch mehrere aussuchen. Der Gutscheincode bzw. der Rabattcode ist Webinar20 mit der Zahl 1230 drangeschrieben. Ich freue mich, wenn du mitmachst und ich freue mich sehr, wenn wir uns im Webinar sehen. Es wird garantiert sehr, sehr spannend. Ganz liebe Grüße und eine frühe Adventszeit schon mal, deine Sandra.